Hey, mein Name ist Marvin von Broken Head Helme und heute erzähle ich dir mal was über diese neue Motocross Brille, die wir im Sortiment haben. Die Made to Rebel. Aber erstmal das Intro. Die Made to Rebel. Die Made to Rebel zeichnet sich durch mehrere verschiedene Funktionen aus. Eine coole Funktion ist zum Beispiel die Iridium-Scheibe, die du per zwei Magneten an der Brille befestigst, demontierst, montierst, wie du möchtest. Wofür braucht man denn sowas? Ja, also wenn du als normaler Alltagsfahrer mit einem Motocross-Helm unterwegs bist, dann hast du halt oft das Problem, dass du halt entweder eine Iridium-Brille auf dem Helm aufgezogen hast. Ist zwar cool, sieht cool aus, hilft einem auch bei UV-Strahlen, aber in der Dunkelheit sieht man da halt kaum noch was. Von daher gibt es halt entweder den Trick, man nimmt zwei Brillen mit, nochmal eine klare, oder man macht halt Kompromisse. Also ich hatte es damals immer so, dass ich halt zwei Brillen mit dabei hatte, aber auch nicht immer Bock hatte, einen Rucksack mit mir mitzuschleppen. Von daher hatte ich dann die zweite Brille immer am Bein. So, alles schön und gut, hat auch funktioniert, nur es gab die Situation, damals, meine Freundin hatte mir damals zum A1-Führerschein eine neue Nigelnangel-Neue-Iridium-Brille geschenkt. Und ja gut, die hat ungefähr drei Tage gehalten, denn ich hatte die am rechten Oberschenkel. Es war abends, ich war mal wieder bei mir am Spotten, ein bisschen trainieren. Und ja gut, wie es dann halt mal so passiert, Hinterradbremse vorbeigetreten, schön aufs Maul gelegt und erst mal zwei, drei Meter über den Oberschenkel auf der Brille gerutscht, die dann natürlich auch nicht mehr besonders verspiegelt war oder irgendwie zu gebrauchen. Von daher hatte sich das nach drei Tagen eigentlich auch schon wieder erledigt mit der Scheibe. Hätte ich diese Brille gehabt, hätte ich wahrscheinlich dann die Scheibe einfach in meine Bauchtasche getan, weil von der Größe her passt das eigentlich in jede handelsübliche Bauchtasche herein. Und ja, wenn man halt tagsüber unterwegs ist, machst du die Scheibe halt drauf. Und bei schlechteren Lichtverhältnissen nimmst du die wieder runter. So, eine weitere coole Funktion ist, dass hier, anders als bei anderen magnetischen Brillen, noch eine zweite Scheibe verbaut ist, die auch noch fotochromatisch und polarisiert ist. Das heißt jetzt im Klartext, die Polarisation der Scheibe, die erführt den Effekt, dass du im Prinzip schnell Lichtwechsel und Kontrastverluste eigentlich besser ausgleichst, sage ich jetzt einfach mal. Also du fährst durch eine Baumallee bei tiefstehender Sonne und das Licht flackert immer mehr, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig fürs menschliche Auge, da noch Kontraste, Überhänge und allem möglichen Kram gut wahrzunehmen. Die Polarisation, die sorgt dafür, dass dieser Effekt halt einfach nicht so stark ist. Manche Sonnenbrillen haben das auch, größtenteils Bergsteigerbrillen, da kommt das nämlich eigentlich auch her, wenn man zwei verschiedene Lichtquellen hat und das verwirrt das Auge. So, zweiter Effekt ist, dass die Scheibe auch fotochromatisch ist. Fotochromatisch bedeutet, dass die Scheibe sozusagen sich selbst nach UV-Einstrahlung abtönen kann. Also jetzt gerade ist die Brille relativ klar, aber wenn du jetzt vor die Tür gehen würdest und die Sonne drauf scheint, dann würde die sich nach und nach abdunkeln. Was auf jeden Fall schon ziemlich angenehm zum Fahren ist, da es manchmal dann doch irgendwie wiederkommt, dass die Sonne dann einen so dämlich trifft, dass du kaum noch was siehst. Und vielleicht du gerade dann doch die Iridiumscheibe nicht drauf gebaut hast. Von daher ist dann halt immer noch ein UV-Schutz eigentlich gegeben. Ansonsten ist die Brille vom Gestell her eigentlich ziemlich stabil. Also ich würde eigentlich fast behaupten, Steinschläge und alles dergleichen würden auf jeden Fall abgehalten werden bis zu einem gewissen Grad. Das Brillenband ist eigentlich auch relativ robust, hat noch zwei Gummyeinleger. Also an sich macht man damit nichts verkehrt. Ich würde die Brille ganz ehrlich so für den ganz normalen Enduro-Supermoto-Fahrer, der aber eigentlich im Straßenverkehr normalerweise sein Equipment verwendet, da die Brille halt eigentlich nicht ganz für den Offroad-Einsatz oder den zumindest Hardcore-Offroad-Einsatz gedacht ist. Sie kommt nämlich ohne Flipper-Aufnahmen. Und falls euch das was sagt, das sind die Abreißscheiben, die man normalerweise auf der Cross-Brille drauf hat. Also hast du hier eigentlich eine Klammer dran und hast hier Scheiben drauf. Und wenn du jetzt auf der Cross-Strecke fährst und die Scheibe halt immer mehr zumockt, dann reißt du halt eine Scheibe ab und hast wieder freie Sicht. Das haben wir jetzt hier nicht. Aber eigentlich ist die Brille auch viel zu schade und viel zu, ich sag mal, empfindlich, um die jetzt einfach im Gelände auf der Motocross-Strecke zu verheizen. Deswegen, also ich würde es dir auf jeden Fall jedem empfehlen, der einfach tagsüber mit dem Motocross-Helm unterwegs ist und einfach keinen Bock hat, immer zwei Brillen mit sich zu schleppen. Ja, und wenn du da vielleicht auch Bock drauf hast, dann guckst du dir einfach mal im Shop und vielleicht kann man dich damit ja glücklich machen. Dann wünsche ich euch allen eine gute Fahrt. Dann wünsche ich euch allen ein paar Mal.